Ein riesiges Feuer verschlingt den Hafen von Mabea. Rauchschwaden, hellleuchtende Flammen wabern über der Stadt an der Costa del Sol. Das Feuer bricht in einem Lagerhaus aus, erfasst ca. 80 Boote im Hafen, zumeist Fischerboote. 30 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, einer der Beamten wird leicht verletzt. Nach mehreren Stunden Kampf sind die Flammen unter Kontrolle. Der Schaden wird in die Millionen geschätzt. Brandursache, unklar, die Ermittlungen laufen.